Und weiter geht's mit Enslaved, Leute. Hier euer Atoso und wir müssen hier die Mühlen entfalten. Jetzt ist die Frage, wie kommen wir da rauf? Anscheinend hier, irgendwie. Auch nicht, also Entschuldigung Leute, da bin ich da, ja. Na, hallo. Sehe ich da was nicht? Aha, alles klar. So. Okidoki. Und direkt nach oben. Ja, perfekt. Ja, am Dach der Welt hat er oben, noch schnell. Die Ampulle. So. Dann jumpen wir halt einmal. Leute, kommt das extrem cool. Lass das Segel mit A herunter. Jawohl. Gut. Aber wir brauchen mehr Power. Kannst du die anderen Segel öffnen? Von oben kommst du an die anderen Segel nicht ran. Ja, super. Von dem Gebäude da solltest du an die anderen rankommen. Aha. Na gut. Und, sagst du mir auch, wie ich da rüber kommen soll? Sagst du mir nicht. Aha. Aha. Das wird ein bisschen knifflig hier. Gut. Was soll's. Was soll's. Wir werden ja so und so von Maschinen getötet. Drum. Und da sollten wir mal rauf. Oh. Sorry, ich glaub. Da haben wir ein bisschen die Orientierung verloren. Ja, Leute. Ne, da kommt er nicht drauf. Wir müssen von oben rüber springen. Sorry, Folks. Und aus Stopp retour. Komm hoch. Den ganzen Weg wieder rüber. Den ganzen Weg wieder rüber. Na klar. Besser, Leute. Ich hoffe, ihr habt ein wenig Geduld. Denn das wird sicher nicht so easy werden. So. Na ja. Ich kann sie anhalten, damit du aufspringen kannst. Sag mir Bescheid, wann. Also weiter hoch können wir da nicht, oder wie? Das glaub ich ja fast nicht, oder? Ja, schaut so aus. Und? Trip, halte sie jetzt an. Ich bremse. Und? Ja? Wir bremsen fast, Schatz. Okay, los. Ich löse die Bremsen. Trip, halte sie jetzt an. Ich ziehe jetzt die Bremse. Hahaha. Ja, ja. Okay, los. Okay, so ist gut. Hahaha. Mann, das falsches Segel habe ich. Hahaha. Ich glaub's ja nicht. Kommt du. Wirf sie an. Okay, so ist gut. Leute, das glaub ich doch nicht, oder? Wirf sie an. Okay, jetzt tritt auf die Bremse. So, das müsste aber jetzt reichen, oder? Na also. Kommt, Gibi. Okay, los. Okay. Okay, jetzt tritt auf die Bremse. Jawoll. Hä? Oje, das werden immer mehr. Das letzte müssen wir auch noch erledigen. Ja, und sagst du mir auch, wie ich da rüberkommen soll? Oh, ich bin super... Hier oder so. Oh, ich bin super. Also Leute, ich glaube nicht, dass ich das noch mal schießen werde. So. Dieser blöde Sack. So, und das kriege ich noch mal. Was ist jetzt? Okay, jetzt tritt auf die Bremse. Nicht jetzt, Kasperl. Okay, los. Trip, halte sie jetzt an. So, und? Was? Oh, oh. Wo gehen wir es noch mal? Okay, los. Okay, jetzt tritt auf die Bremse. Okay, los. Okay, jetzt tritt auf die Bremse. Monkey, kommst du rüber zu dem roten Gebäude? Okay. Super. Das sagst du mir jetzt. Chip, du bist ja der helle Wahnsinn. Da müssen wir ja irgendwie runterkommen, oder? Da. Verflickst noch mal. Also wenn der da steht, da können wir gar nicht vorbei. Also müssen wir Trippie sagen, sie soll es noch mal starten, das Ding. Okay, los. Super. Leute, Leute. Kommen wir da rauf. Ah, ah. Kommen wir nicht. Wir müssen da was anderes machen. Und ich hab auch schon die gefürchtet, dass ich weiß, wie. Also, ich schätze mal, wir müssen da auf einen Vögel raufspringen und darüber tragen lassen, dort abspringen und dann warten, bis der nächste Vögel vorbeikommt und pipapo und ja. Kennen wir ja schon, oder? Okay, so ist gut. Und da. Spring. Ah, das ist ja dieser nicht entfaltete. Leute, ich muss entschuldigen. Gut so. So, und jetzt. Okay, so ist gut. Okidoki. Aha. Gut so. Einen Versuch noch. Wir haben da... Hilf sie an. Okay, so ist gut. Jawoll. Na, Gott sei Dank, Leute. Hilf sie an. Okay, jetzt tritt auf die Bremse. Und? Und? Okay. Das wär's. Sei vorsichtig auf dem Weg nach unten. Haha, sei vorsichtig. Leute, wir machen hier kurz einen Schritt, denke ich. Und sehen uns gleich wieder, wenn es heißt, Max vermöbeln. Okay? Bis gleich, euer Toso. Einen � Okay. Ä Untertitelung. BR 2018